Was war denn dieser Punkt? Also was könnt ihr uns über den Band, den Sängern, die Sängerin sagen, die es jetzt gemacht hat? Sagen wir über den Act, der es gemacht hat. Der hat allen uns unglaublichen Spaß gemacht. Ja, sehr unterhaltsam, innovativ und ich glaube einfach auch zeitgenössisch passt einfach in das Hier und Jetzt, fand ich. Meine Damen, dann würde ich euch einfach sagen, das Mikrofon gehört euch und ihr verkündet den Gewinner. Also der Gewinner 2011 heißt Captain Kappa aus Thüringen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank! Ich bin völlig sprachlos, fassungslos, ich kann es gar nicht glauben, echt Wahnsinn. Ich muss aber lachen, wenn ich so Preisvergaben sehe und die Leute so fassungslos sind, aber das ist wirklich echt total beknackt. Wahnsinn. Gratulation, Captain Kappa, der Gewinner des New Music Awards 2011. Don't you know that I've been waiting all night long? Don't you know that I've been waiting all night long? Don't you know that I've been waiting all night long? Untertitelung. BR 2018